abhängender ewig dies hat schon was kommt mit dem gewächshaus da war dort starten mit ist ja nix so erstmal ja in den golpschläger er will von euch was auf die rüber wir haben zwei wege haben wir die türe hier oben ja gut wir müssen runter also oder die kraft ja jetzt kommen wir alle her vielleicht wenn er hier in den stadt bereich sogar schon rein die schweine wir kommen gleich durch die tür die kann auch oben rüber die tür ist abgeschlossen ja jetzt ist mir doch so ist die tür auch leistet die tür aufgemacht ach so jetzt ist die tür auch kummer der leistie von außen oder was die sie sich durch die türen schade ich wollte da oben lang balancieren weg mit den töpfen gewalt gegen klanzen könnte und nichts dafür habe ja auch auf den topf geschossen nicht auf die pflanze da sind aber die unterregnen dass das schnee ja dass die pflanze in dem shop ist dafür kann ich ja nicht also wenn du auf den topfisch aus was das hier dingen ziehe das ist das ist eine zum wegnehmen was aber hier eine zweite piste habe ich will den herr da geht das ist eine zum wegnehmen keine zahlung weil ich und die boomer war das glaube ich hallo ja ist ja gut geht's dir ja mach ich das ist ein unnützester raum hier ist es aber wirklich unsauber ich wollte gerade fernsehen gucken wenn ihr mit möchte aber wir haben wir haben alle auf ausgerüstet steht hier haupt nie tut und waffen ja eine zweite piste an jedes jahr aber gut dann nämlich ist das so aber wir müssen hier runter das war ja noch wir schafften das angebrochen ich hatte schatz 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 hallo ihr bleibt zu wohnen mein freund bei denen ab ja wo der elektrischer kommt kommen sie mit ich habe was recheln ich würde ich die ganze zeit noch wie die witsch im ohr aber und mein ohr verarscht mich ich habe das röcheln und hunter ich hatte eigentlich nur boom sagen müssen nicht röcheln ja ich glaube wir haben wir haben noch alles okay aber hotel ich glaube den was den hakenkopf gefallen aber aber der branche explosions ding ja ne mit was mache ich denn noch mit äh werfen oder ähm ne rechtsklick ach ne jetzt habe ich mein medipack fahren ja warte 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 ich kann es doch nehmen achso hier aber jetzt hast du kein medipack ja doch hab ich doch okay muni zu explosionsmoni so man muss das auseinander machen okay Leute in der explosionsmoni ne mach mal dazu ja gut dafür eigentlich eine richtige warte und nicht so ne hier war ein smoker ach ja gut dann machen wir natürlich dazu ist ein ding ja war gut gemacht soll mal raus kommen der pumpe jetzt dinge zu haben ist halt äh naja jetzt lass mal weiter gehen hier ja also raus ja ja nein du musst weiter gehen nicht aufs auto hat er gehört nicht aufs auto lieber auf den Charger 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 tot Charger tot Charger tot reine der raum unsere rein und rausgucken richtig so ja das war doch easy ja das war doch easy ich meinte auch komm rein und rausgucken richtig so ja zweimal ja wir sind so gut ja wir sind so gut der kran der kran der kran der kran der kran der kran bei audio war ich aber eigentlich gar nicht ey warum ist der musiklaut stärker ja komm meine wird schon angeboten wird ne so was haben wir hier für Waffen auch nur Kackwaffen ja braucht jemand Klopapier ja wer baut denn jede Toilette iiih in die Küche ja gut auch ja das ist nur ein Eimer mit einer Klobrille drauf ja ja ich weiß das heißt nicht dass die Leute da wirklich gekackt haben guck doch mal rein vielleicht hatte jemand einfach nur war das nur eine kaputte Klobrille die einfach abgelegt wurde hier 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 OP besteck uah okay wurde doch irgendwas was sieges gemacht wärst du mal nicht hier an die Tür gekommen immer bin ich abgedrängt ich nehme mal eine nahkampfmachtbar mit statt einer Pester so mach mal hier ist noch ein Medipack ja aber wir sind alle voll ich weiß nicht ich habe 92 werten von uns die wenig ich habe 86 ich habe 91 ich habe 84 das ist doch scheißegal also Lais dann holst du doch nochmal ich wollte gerade sagen Lais gönn dir ja warte ich kann doch machen dass du noch weniger hast nein vernotest du dich auch nein hör doch auf aber nur wenn du es mit Explosions-Money machst so rein da wie gut aua okay mit Skatana Entschuldigung ja immer dein Blick okay Range 1mm irgendwie gefühlt da kommt was dickes schlitz schlitz hat nicht so viel gebracht ja den nach ich habe jetzt übrigens das wenigste das schön für dich das nimm ich doch nicht bitte splitter splitter das ist so ein Spucker Dings ja man kann ja nochmal dem Mund nachholen das ist sehr gut kannst du mal sterben alter pass auf wenn du jetzt willst schlitz wir können meine Snipe mal wieder schlitz 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 ähm ja renn mal nicht da rein wir müssen hier hoch entschuldigung da war doch ein zombie unter mir das ist ich hab gedacht dass ja ich hab das schlitz ich hab mit dem den 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 h zimmer raucherzimmer die farbe das telefon nicht klingeling der charger ist da die große pumpe mit wo du machst eine wissenschaft raus aus der waffe ja aus wie hier wer ist der große charger gibt es auch nichts wir sollten mal weiter gehen wo man rechts kommen die auch unter ja wir können gar nichts machen da liegen auf alle fälle wenn ihr macht wir machen wir machen wer was kaputt nicht sterben nichts betätigen bitte erst noch so dass ich eine witsch licht 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 aus oder zumindest auf dem anderen dach ich frage woher ihr kollege recht kommt hier ja irgendwo hier vor mir hört sich die doch dieses da oben auf so auf so einem container siehst es dann war es doch nicht wahrscheinlich in die richtung jetzt klingt ein bisschen weiter rechts also ich glaube in die linken sie den kran ich bin beim kran ja moment ich heile mich erst mal komm gleich zu euch hoch so komm ich ihn hier über das rohr wahrscheinlich ach da ich sehe so ich sehe moment das rohr wahrscheinlich nicht machen ich mache ich mache auch okay ja die Tonne ist da deine kommst du ja ich hab hier hinter mir noch ich bin nicht so schnell ich glaub Leid ist angekotzt ich meine nur ich glaub hier ist ein Smoker er macht halbe Lied draus ich glaub hier ist ein Smoker Alter, muss ich den mal raus sehen kann Papa Manu daraus ein Lied machen oh, das können wir ihnen gerne schicken das hört sich an wie ein Jockey oder sowas in der Nähe das war ein Smoker, haben wir noch nicht festgestellt nee, hier eben ach so doch, ja der muss hier drin sein hier ist glaub ich noch ne Pistol für Doppelpistole drin echt? ja, für mich nicht, ich hab die da da kannst du nur eine ja, aber ich mein für, genau für die anderen, ja da stehen die Leute an rücken das ist ihr büro mit nichts drin hier rum interessiert da liegen Waffen hinter dir vor uns auch nein, ich meine da ist ein Charger mein Zombie aber egal ich glaub der sitzt da oben auf der Tresen ja, ich hab da noch ein paar boomer und das könnte man Muni geben nochmal wird das wär voll cool ja, ja noch geht's ich darf halt nur nicht sterben ich darf halt nur nicht sterben da ist ja nichts mehr vom Darmklo runter gerannt äh ich wollte nur mal gucken da fliegt ok jockey kommt hier auf uns da kommt er kommt da nicht mehr aber der ist der ist tot ok also nicht der jockey sondern der der macht ein paar komische Bewegungen noch, aber ich glaube der ist tot ja ja, die zwei aua oh oh nein, was rennst du denn auch da rein danke deswegen nochmal ja, ich bin grad noch Poletti ich schaue hinter uns oh kann ich nicht auf den Drucker rauf? nein da grunzt was links im Raum keine Arschbacken kopieren was mit Brüsten ne, da ist nix sind wir nur weiter runter aber es grunzt hier durch ja, unten hier ist noch ein Schlagstock aber warum wir nicht o, nein OK солi die machen das, die Regeln, das unter sich ja der ist tot ne ne Der wird nur so getan der wahrscheinlich tut jetzt habe ich aber noch genug leben moment 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 immer noch der meinung immer noch dabei du hast dich nicht mehr frisch das ist richtig aber ich habe noch kurzer unter büro ich bleibe bei mir wir beschützen die hier ist nix da ist nix jockey das schon der clown im büro irgendetwas hinter uns noch nicht doch ich war noch im büro und die kollegen hinter uns immer noch ja ich bin auf die weg ich mich kurz aus ich helfe dir wir müssen nicht dringend verarzt mit was ich nehme die rohrbombe von mir aus also nächstes mal so was dort bei mir hier soll ich habe die boom auch gott sie liegt doch eine rohbombe ja du kannst ja nicht verbluten einer einer von den herrschaften vielleicht wer das tod ja ich glaube auch sorry ich möchte jemand vorgehen der nicht schwarz weiß sieht ich kann vorgehen das tod ist tot ist tot ich glaube man dann macht wieder die abrechnung deswegen holz hierherum ich hab's und haben verwechselt und wenn sich das morgen hier das licht aus ich habe das licht aus ich habe das gefühl von hinten kommt noch was leichte kann man die schon mal vorsicht die witch sieht sauer aus oh ich glaube ich habe bei mir bei mir ich bin tot jockey tot jockey tot jockey tot jockey tot und splitter ist er noch da leider ist tot wie viele kann ich jetzt wiederbeleben alle ich glaube ich denke ich da drüben wahrscheinlich nur bei selbstladen ja 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 jakim ja weshalb beschützt mich machen Okay, leicht gehen, leicht gehen, gehen in den Raum, gehen in den Raum, gehen in den Raum. Mach die Führer aber zu, scheiße wird gescheitert. Oh nein, wir sind das geschafft. Im Safe Room quasi gestorben. Echt? Der Demi vorm Safe Room hat mir noch einer wieder zurückgehalten, da konnte ich nicht mehr weitergehen. So, dann soll ich mich ja wenigstens nochmal unnötigerweise healen, ne? Oder wie war das? Der Lais könnte aber. Der Lais macht das. Naja. Dann bleibt gleich wieder einer übrig. Das war, glaube ich, die Vorrunde, wo ich mich gehealt habe, obwohl es gar nicht nötig war, ne? Ja, ich glaube. Ach, das war die. Ah, lass. DIN never, da war. Das war, glaube ich. Ja,idać mal wieder. Musik